Also ich bin mit relativ hohen Erwartungen zur Strossen Partner gekommen, einfach weil die Außenwirkung auf der Internetseite schon sehr professionell wirkt und mir natürlich auch im ersten Beratungsgespräch telefonisch schon einiges auch versprochen wurde. Also der Tag hier insgesamt, der war sehr, sehr erfüllt. Meine Erwartungen wurden ebenfalls getroffen und die Ergebnisse, mit denen bin ich sehr zufrieden. Vor allen Dingen hatte ich sehr, sehr viel mehr Klarheit über meine momentane Situation, welche Möglichkeiten ich habe, mich aus der Situation heraus weiterzuentwickeln. Ich hatte sehr, sehr viele konkrete Vorschläge an der Hand, die mir die Beratung gebracht hat. Ich glaube, das wäre Spoiling. Das zu tun würde ich eher nicht machen. Ich freue mich sehr auf den Brief, der zurückkommen wird. Das war schon toll. Wenn also jemand das Gefühl hat, der ist unzufrieden mit seiner Situation und das Gefühl hat, ich könnte mehr und ich möchte auch mehr und da ist Potenzial vorhanden, er weiß aber noch nicht so richtig, wohin das geht und wie er vielleicht die ersten Schritte tun kann. Besonders für solche Personen kann es eine große Erfüllung und Bestätigung sein, sich auf den Beratungstag einzulassen. Strossen Partner brachte mir Klarheit, Struktur und Vision. Das waren alles drei Dinge, die ich sehr gut gebrauchen konnte.